hallo ich bin es der matthias heute gibt es wieder mal ein unboxing und lasst euch überraschen ist was ganz besonderes eine rarität das paket mal auf sehr gut verpackt wie immer das paket ist von insektenliebe habe ich auch schon öfters etwas bestellt nehmen wir mal das papier heraus ist mit einer hand etwas schwer ein heat pack ist auch dabei wie es sein soll in der kleinen dose sind futtertiere und in der großen dose ist das tier um das der zweite geht schauen wir mal vorsichtig das softpapier entnehmen mal schauen wie es hier geht und da ist sie auch schon und zwar ist es die seltene falltür spinne aus china und das atomen sieht aus wie abgeschnitten eine der coolsten spinnen auf dieser welt meine ich sie geht schon auf erkundung sie ist auch eine trichter das atomen und schaut mal am ende des atomen hat sie auf der flachen seite ein spezielles muster wirklich mega so mal etwas näher rein zu zogen schaut mal als so eine coole spinnen habe ich noch nie gesehen so sieht es aus wenn sie sich mit ihrem atomen versteckt im boden also wirklich mega cool sie kann eine größe von 6 bis 8 cm erreichen ist ein weibchen so knapp ein jahr alt ok mal so etwas schöne bilder von dieser spinne und lasst die kamera weitlaufen wie immer wenn es euch gefallen hat lasst bitte ein like da ansonsten bis zum nächsten mal danke ciao es wird auch demnächst ein neilungsvideo geben diese wunderschönen spinne also ihr könnt euch darauf freuen ciao und 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 Untertitelung des ZDF, 2020